Willkommen zurück zu Trifusion und wir spielen den zweiten Teil der Karriere weiter. Wir haben ja das Training gemacht gehabt in der letzten Folge und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Oh, wir können sogar die Motorräder jetzt auswählen. Den Buggy, den hatten wir ja das letzte Mal. Und das ist unser neues Schmuckstück. Ich bin gespannt, wirklich. Ich verkack's. Garantiert jetzt schon. Oh, ich hab's geahnt. Irgendwas passiert. Was klappt denn das Ding darunter? Oh, das ist echt schwierig. Mit dem Motorrad. Oh, das ist so, äh, empfindlich. Was sind denn das für Streifen? Kein Booster, oder? Nö. Fuck, Mann. Oh, die haben sich hier ganz schön was einfallen lassen. Es sieht schon richtig, richtig fett aus. Man soll's auch stehen. Aber jetzt mit Vollstoff. Äh, der feiert sein Leben, wirklich. Der schreit hier immer. Gut, Bronze ist okay. Kann ich mit leben. Da kann ich wirklich mit leben. Aber wir haben hier irgendwie andauernd Ladeprobleme. Also irgendwie... Entweder spielen es zu viele, oder... Also, er speichert immer noch. Gut, ist auch schön mit anzusehen, wie man hier mit Schnee beträufelt wird. Und nochmal. Wenn ich ne Ahnung hätte, wo die Geräusche überall herkommen. Ah, ich hab keine Ahnung. Komm schon. Wow. Aber diesmal krieg ich's. Und? Hab ich doch gesagt. Nicht perfekt, aber... Silber. Damit kann ich leben. Damit kann ich sehr gut leben. Wir machen weiter. Wir müssen vorankommen. So, neues Outfit. Anwärter. Schauen wir später. Wieder auswählen. Allein das hier dauert schon. Egal. Also, die Strecke eben war schon fett. Ich bin gespannt, was die wirklich da noch auf dem... Was die wirklich rausgeholt haben. Ich will Explosionen. Ich will Explosionen. Genau. Vorhin war viel, viel mehr Feuerwerk. Ich will nix sagen. Das sieht echt gut aus. Yeah. Komm schon. Komm schon. Und? Bam. Gold. 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 Mit einem First Try. Was ist denn hier? Ist das ein... Ist das eine Bombe? Hm. 19 von 20 Medaillen. Level 7. Yeah. 3000 Karrieregeld. Ich glaube, die Klamotten müssen wir auch kaufen. Oh, muss ich hier immer warten? Oder kann ich auch direkt reindrücken? Ich kann auch direkt reindrücken. Ekelhaft. Und? War ja klar. Wow. Ja, woher willst du denn das beim ersten Mal rausfinden? Das kriegst du nicht beim ersten Mal. Wir müssen hier wirklich mehrmals fahren. Ich kenn die Strecken ja auch nicht. Das perfektionieren wir alles später. Was? Schon fertig? Wuchern im Zentrum? Yeah. Aber Silber. Hey. Ich finde, wir sollten in eine Richtung laufen. Wir ziehen das jetzt komplett durch. Und ich mache das jetzt nicht nochmal neu. Ah, da wäre ja auf jeden Fall ganz locker Gold drin. Also in jedem Spiel bisher. Aber da bräuchte ich auch wieder drei Anläufe oder vier. Und dann... Ach, da haben wir schon 15, 20 Minuten um. Das wäre eine Folge. Das geht nicht. Das machen wir zum Schluss. Also auf der einen Seite war es am Anfang war es wirklich schwer, das Bike. Das unter Kontrolle zu kriegen. Aber mittlerweile... Mittlerweile geht es. Nicht perfekt, aber es geht. Ah, hätte ich bloß mal die Klappe gehalten. Aber nee, es geht wirklich. Also komm, einmal hinfliegen. Hey. Silber. Ja, so kann es weitergehen. Das sind die Samsara-Laboratorien. Home to freezing winds and a variety of... Aha, aha, aha. 1,5. Level 9. Und können wir ja gleich durchdrücken. Tief gefroren heißt die Strecke. Hm, 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 hm. Ach, kacke. Los, komm schon. Nein. Also ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr hier, als auf die Fresse fliegen. Hm. Ist nicht so. Aber wir kamen ja auch bisher gar nicht mal so schlecht durch. Nein. Nein. Okay. Also ich glaube, die Strecken werden irgendwie immer kürzer. Ich weiß nicht, also. Vorhin waren viel, viel längere dabei. Bronze lassen wir, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich bin gespannt, wann es das nächste Motorrad gibt. Vielleicht wird es, äh, wenn wir noch die zwei gemacht haben. Ob wir da schon das andere kriegen. Waaah. Und? Äh. Aber geil. Aber richtig, richtig geil. Und? Boah, es geht ja richtig ab. Boah. Ja, hier ist richtig Action drin. Ah. Ah, ekelhaft. Ich fange lieber von vorne an. Aber jetzt mit Schmackes, Leute. Und? Oh, total irritierend. Dass die Strecken hier reinfliegen, ist wirklich total irritierend irgendwie. Das macht mein Kopf nicht mit. Oh, sieht das geil aus, wirklich. Uäh, Looping. Komm ich da rum? Komm, 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 komm. Ab geht's. Uh. Alter. Nein. Nein. Aber wir fangen hier von vorne an. Geil. Looping. Und Abflug. Ab geht er. Und jetzt richtig. Ja, Mann. Also für die Strecke mal ein richtig fettes, also einen fetten Daumen nach oben für diese Strecke. Ich muss betonen, wir sind noch am Anfang. Und man kann hier sogar Strecken selber bauen. Boah. Fett, 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 fett. Silber, reicht doch. Also man kann hier Strecken selber bauen und das werden wir auch irgendwann mal machen. Dann machen wir hier so ein, zwei, drei Folgen hier, wie man eine Strecke baut. Und die fahren wir dann auch ab. Wie das funktioniert, habe ich noch keine Ahnung. Noch keinen Plan. Letzte Strecke. Und. Und. Was ist denn das? Weitspringen? Ähm. Also ich habe schon mal Bronze. Ich habe gerade gesehen, wir haben irgendwas gekriegt an Klamotten. Äh. Ich check das gerade nicht. Hier fehlt, eigentlich fehlt hier. Hier fehlt so eine Sprungschanze. Das geht ja nur gerade. Ich springe mit Dreieck am Ende des Sprungs ab und gleite wie ein Adler. Dreieck. Wo? Wann Dreieck? Hier? Am Ende vom Sprung Dreieck. Hier ist der Sprung Ende. Ja, geht nicht mehr. Warum drückt denn der nicht? Also nochmal. Hier. Nö. Irgendwie. Aber ist auch geil. Ja, aber irgendwie. Warum zählt das nicht? Am Ende vom Sprung. Hier. Hier. Ich check's net. Gleite wie ein Adler. Hier jetzt? Also mein Sprung ist doch hier unten zu Ende. Also da vorne geht's schon mal auf keinen Fall. Und der schlittert und schlittert. Nochmal, komm. Also es hat irgendwas mit dieser Linie hier zu tun. Erst aufkommen, oder? Aber wenn ich aufgekommen bin, kann ich nicht mehr diesen Knopf drücken. Also nochmal. Einmal. Und jetzt geht es nämlich nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr diesen... diesen Knopf drücken. Vielleicht eher? Äh... Nee. Da schon mal nicht. Oh, das fuchst mich. Da krieg ich die Krise. Ja, mach doch mal einen Pfeil hin. Wo klemmt's denn hier? Der ist schon zu blöd, um da runterzufahren. Hier geht es nicht mehr. Hier, ich schmeiß dem gleich den Controller ins Gesicht. Tja, ich hab Bronze, Leute. Und ich find... Ich find, das reicht. Ich wollte euch ja noch die Klamotten zeigen. Und das machen wir jetzt auch Outfit, komm. Wir haben ja 20.027 mal, äh... Irgendwelche Trophäen da oben. Medaillen, besser gesagt. Oh, was ist das? Mal hier? Können wir auch nicht. Hier können wir. Ja, nehm mal komplett mit. Abgefahren. Richtig, richtig abgefahren. Okay, also hier haben die, äh... Noch Kategorien drin. Und Außenseiter und so weiter. Und die können dann die Klamotten individuell machen. Geile Idee. Aber ich wollte nochmal... Das Motorrad wollte ich nochmal gucken, ob wir eine andere... Eine andere Form haben, oder... Und vielleicht machen wir was Weiß weg. Ich hätt gern Schwarz. Das sind doch mal Räder. Zum Vergleich. Die nehmen wir. Geil. Richtig, richtig geil. Also Bodykit haben wir wahrscheinlich nicht. Aber die Farbe... Die Farbe in Schwarz... Fällt eigentlich gar nicht auf. Was hab ich denn für eine bescheuerte Farbe drauf? Oder brauch ich jetzt ein Bodykit? Okay, ich hab keine Ahnung. Also wenn euch die Folge gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Bitte abonniert mich. Und in diesem Sinne, haut der Rinne.